Störung, Störung Fahrdienstleitung an IC 2442 Ich wiederhole, Fahrdienstleitung an IC 2442 IC 2442 hört Guten Tag, Lavan. Du fährst heute den IC 2442 nach Magdeburg Hauptbahnhof. Da die Strecke zwischen Halle, Saale und Magdeburg im Moment aufgrund von Bauarbeiten gesperrt ist, verkehrt dein Zug heute über Bitterfeld und Dessau statt über Halle und Köthen. Im Moment bist du noch pünktlich, aber ich fürchte, das wird sich bald ändern. Eine S2 vor dir ist durch einen Polizeieinsatz in Jesnitz jetzt 20 Minuten verspätet und ich kann die S-Bahn erst in Dessau auf die Seite nehmen. Sorry. Du wirst also mit roten Signalen rechnen müssen. Versuche trotzdem, so wenig wie möglich Verspätung zu bekommen. Denn dein Kollege, der dich in Dessau ablösen wird, muss, egal wie, die Anschlüsse in Machtburg Richtung Köln und Kurtbus erreichen. Ich wünsche dir trotzdem eine gute Fahrt. Hau rein. Jo, danke für die Infos, Kollege. Ich wünsche dir eine ruhige Geschichte. IC 2442 Ende. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSW 2. Wir fahren heute mal wieder mit Ansagen. Sehr, sehr cool. Und bereiten uns gleich schon mal auf die Abfahrt vor. Auch wenn wir vermutlich einen Zug vor uns haben, hat der Fahrdienstleiter, boah, sein Daddelt, gerade schon mal gesagt, dass wir trotzdem versuchen sollen, einigermaßen pünktlich zu sein. Denn wir haben wichtige Anschlüsse in Magdeburg. Beziehungsweise der Kollege hat wichtige Anschlüsse in Magdeburg. Wir fahren heute nur bis Dessau. Und die müssen wir auch erreichen. So, dann wollen wir Leistung hier mal aufschalten. Ich glaube, auf die 60, die wir auswahrt hier haben. Dann können wir uns einmal hier befreien. Beziehungsweise das Ende der LZB bestätigen. Wir sind hier noch ganz knapp in der LZB drin. Aufgesperrt ist es. Türen zu. Und dann würde ich sagen, haben wir das Licht richtig an? Ich schaue noch mal ganz kurz nach, aber sollte ich gerade eingestellt haben. Schön, dass ich das drei Sekunden später vergesse, dass ich das gerade umgeschaltet habe, den Schalter. Gedächtnis-Sieb bei mir und so. Mein Gedächtnis ist ein Sieb, wie ich immer so schön sage. So, dann. Circa 50 Kilo Newton. Und auf geht es. Wir fahren natürlich auch nicht in der Standard-Lackierung der 101, sondern passend, weil wir uns auf dem Weg nach Dessau machen. Mit der 101 Visit Dessau 100 Jahre Bauhaus-Lackierung. Und die stammt von BB Vollgas, genau. Mit 3 A. Und ist aus dem Creators Club. Vielen Dank für diese tolle Lackierung. Und ja. Findet ihr in der Videobeschreibung. Was mich gerade wundert, ist, dass wir jetzt hier nicht mehr beschleunigen. Jetzt immer noch nicht. Ich glaube, das ist die AFB. Ich schalte die AFB mal kurz ab. Und schalte sie hier mal aus und an. Hier wieder an. Und versuche mal, ob hier was kommt. Ne. Ich fürchte, wir müssen den Zug einmal zum Stillstand bringen. Ich meine, wir stehen schon fast. Warum auch immer. Wir jetzt einmal runterbremsen müssen. Um dann gleich wieder hoch zu beschleunigen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, warum er gerade keine Leistung mehr aufgenommen hat oder angenommen hat. Das ist mir nicht ganz... Weiß nicht warum. Aber jetzt sollte es wieder funktionieren, denke ich. AFB nochmal aus. So wieder ein. Ja. Jetzt erkennt er es wieder. AFB hochschalten. Und Leistung. Auf 50 Helo Newton. Und auf geht das. Okay. Das war interessant. Ich weiß nicht genau, warum er das nicht akzeptiert hat. Ich habe mich ja über die Endetaste sozusagen aus der LZB befreit. In Bitterfeld ist ja noch LZB auf der Strecke rechts hier. Die Strecke Richtung Berlin. Das ist die Strecke Richtung Berlin. Ist ja auch LZB. Und ich glaube, also Richtung Leipzig ist auf jeden Fall LZB. Und Richtung Halle ist glaube ich auch LZB. Nur auf diesen Abschnitt Richtung Dessau müssen wir mit PZB fahren. Auf dem wir jetzt fahren. So. Und deswegen wundert mich das gerade ein bisschen. Eigentlich habe ich da über die Endetaste das Ende der LZB bestätigt. Und warum ich dann keine Leistung mehr aufschalten konnte. Keine Ahnung. Die Strecke ist ja auch ein bisschen älter. Und die LZB wurde erst später hier von DT gehen. noch ins Spiel in die Strecke mit reingebracht. Und vielleicht ist das damit was zu tun. Oder ich habe was vergessen. Ist durchaus bei mir auch immer möglich. So. Jetzt nochmal kurz zu den Ansagen. Da habe ich noch gar nicht geschafft, mich zu bedanken, weil ich schnell losfahren wollte. Vielen, vielen Dank an die Ansagen von Bauer sein Daddelt, den ihr vorhin als Fahrdienstleiter gehört habt. Und gleich werdet ihr auch noch als Zugchef den Train Sim Play hören. Wir müssen auf 60 runter. Das hätte ich jetzt fast vergessen eher. So. Durch die ganze Aufregung mit der Bremsung gerade. Dass wir hier nur 60 fahren dürfen. Denn wir werden jetzt hier aufs Regelgleis wieder rüber geführt. Wir fahren jetzt gerade auf dem Gegengleis. Und jetzt geht es aufs Regelgleis. Das heißt aufs rechte Gleis. Züge fahren in Deutschland rechts. Deswegen fahren wir jetzt auch wieder auf der richtigen Seite. So. Den Kanal von Bauer sein Daddelt und von Train Sim Play kann ich nur sehr empfehlen. Die Kanäle machen auch TSW 2 Content viel, aber auch andere Videos. Gucke ich selber auch sehr, sehr gerne. Kann ich beide nur empfehlen. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank nochmal für die tollen Ansagen. Und dann würde ich sagen, lassen wir den Train Sim Play auch erstmal die Fahrgäste begrüßen. Sehr geehrte Fahrgäste, im Namen von DB Fernverkehr begrüße ich alle in Bitterfeld zugestiegenen Fahrgäste im Intercity 2442 nach Magdeburg Hauptbahnhof. Bitte beachten Sie, dass dieser Zug aufgrund von Bauarbeiten zwischen Halle an der Saale und Magdeburg umgeleitet wird. Und statt in Halle an der Saale und Köthen heute in Bitterfeld und Dessauer hält. Unser nächster Halt ist Dessauer Bahnhof, den wir voraussichtlich um 17.30 Uhr erreichen werden. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mein Team und mich. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Dear Passengers, welcome on board the Intercity 2442 to Magdeburg Main Station. Because of construction work, this train is rerouted via Bitterfeld und Dessauer Main Station. This train will not be stopping at Halle, an der Saale oder Köthen. Our next stop will be Dessauer Main Station at 5.30 Uhr. If you have any further questions, do not hesitate to approach me on my team. We wish you a pleasant journey. So, vielen Dank auch nochmal an die Ansagen, finde ich super. Ich finde Ansagen in so einem Video, die geben den Ganzen viel mehr Atmosphäre. Das ist echt super. Und ja, das macht immer wieder Spaß mit den Ansagen zu fahren. Und das Szenario habe ich übrigens selbst erstellt, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ach, das waren nur 120, ich glaube, die hätte ich nicht bestätigen müssen. Auf jeden Fall, das Szenario habe ich selbst erstellt und ich versuche das auch in den Creators Club hochzuladen. Das wird allerdings wohl noch... Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, wenn die Folge rauskommt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob dann das im Creators Club schon hochgeladen ist oder nicht. Ein bisschen spät auf die 120, muss man sagen. Und jetzt kommen die 70. Als nächstes, und dahinten kommt schon wieder ein rotes Signal. Da ist schon die S-Bahn, die da vor uns Verspätung hat, wie ich vorhin schon angekündigt. Also, wenn ich das Szenario im Creators Club hochlade, das Szenario, werde ich da auch alle Lackierungen mit rechts in die Videobeschreibung des Szenarios im Creators Club reinschreiben, damit ihr einfach wisst, welche Lackierung habe ich hier verwendet. Ich meine, wenn man die nicht hat, dann geht er halt auf die Standardlackierung. Ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ich finde es immer ganz cool, wenn man hier die verschiedenen Lackierungen hat. Das Szenario ist nicht nach einem Fahrplan erstellt, aber sonst eigentlich ganz realistisch. Das heißt, die Züge, die wir fahren, der Verkehr, sollte ziemlich realistisch gestaltet sein. Also die S-Bahn und Intercity-Verkehr und was wir alles noch gleich sehen werden. Will ich zu viel spoilern. Und das Ganze ist sogar einem Zug nachempfunden, der in Realität gefahren ist. Es gab nämlich einmal pro Tag, zumindest als ich noch in Halle gewohnt habe, das muss so vor drei Jahren sogar gewesen sein. Und da gab es eine Verbindung, also normalerweise fuhren immer die IC2-Züge zwischen Leipzig und Dresden und Köln oder Norddeutsch-Mohle, glaube ich, fuhren sie hoch meistens. Es gab aber auch einmal pro Tag eine Verbindung mit einer IC1-Garnitur, die wir hier darstellen, die in Magdeburg endete. Weil es nämlich einen IC2 gab, der nicht zwischen Köln und Leipzig, sondern zwischen Köln und Cottbus fuhr. Und um die Anschlüsse an diesen Zug zwischen Leipzig, von Leipzig und Dresden sicherzustellen, fuhr dann so eine IC1-Garnitur von Leipzig aus, glaube ich, bis nach Magdeburg. Und dort konnten die Fahrgäste dann umsteigen in den IC Intercity in Richtung Köln oder in Richtung Cottbus. Und deswegen ist es eigentlich auch ganz wichtig, dass der Kollege den Anschluss kriegt, denn das ist genauso gedacht. Also, dass der Zug hier bis Magdeburg fährt und in Magdeburg steigen die Leute dann um. Also gibt es sehr, sehr viele Umsteiger hier im Zug. Und das wäre schon sehr, sehr doof, wenn die Leute den Zug nicht mehr kriegen dort in Magdeburg. Und deswegen müssen wir probieren, trotz der Verspätung des Zuges vor uns, irgendwie das noch pünktisch über die Runden zu bekommen. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen logisch erklärt. Es wirkte gerade kompliziert, also ich versuche damit zu erklären. Also, das gab es so in der Art wirklich mal. Ich bin einmal, glaube ich, in die Gegenrichtung mit diesem Zug gefahren. Da fuhr der Zug dann weiter Richtung Cottbus irgendwie. Und dann bin ich umgestiegen in Magdeburg. Und dann bis nach Halle bin ich dann zwischen Magdeburg und Halle mit dem IC1 gefahren. Und der war so voll, das kann ich mich heute noch daran erinnern. Das war mit einer der vollsten Züge, mit denen ich je gefahren bin. Also zusammengequetscht irgendwie im Gang standen wir da. Kommt aber auch mal vor. Bisschen wie Ösardin. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat ein einigermaßen realistisches Vorbild. Und auch diese Umleitung ist nicht so unrealistisch. Denn damals vor drei Jahren müsste das, wie gesagt, ungefähr drei Jahre mehr gewesen sein. Könnten auch vier sein. Da gab es mal eine Baustelle zwischen Magdeburg und Halle. Da war nämlich die Strecke zwischen Magdeburg und Halle gesperrt. Weil in Köthen relativ viel umgebaut wurde. Da war die Strecke, glaube ich, für mehrere Monate gesperrt. Und diese ganzen Intercity-Züge, die eigentlich über Halle und Köthen fuhren, wurden dann umgeleitet über Dessau und Bitterfeld. Und deswegen spielt das Szenario so ungefähr vor drei Jahren, würde ich sagen. Aber ist, wie gesagt, nicht der Originalfahrplan. Sondern einfach so ein bisschen guckt, was würde so passen. So, wir haben jetzt wieder ein grünes Signal vor uns. Können uns aber noch den Zug mal angucken, wie er an uns vorbeifährt, oder? Ja. Lass uns die wunderschöne Lackierung noch mal verwundern. Und den Intercity-Eufigen. Da kommt der IC2 entgegen. Sehr schön. Die Züge würden normalerweise gefahren. Oh. Moment. Ich fürchte, der hat... Oh. Ich glaube, der ist mit dem Steuerwagen Falschruhe gefahren, der IC2. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. 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 Auch nicht schlecht. Ja, die Steuerwagen waren öfter kaputt beim IC2. Aber den Steuerwagen am Falschruhe anzuhängen ist schon interessant, möchte ich mal sagen. Okay. Ja, gut. TSW. Dann sind wir in 11 Kilometer auch schon wieder in Dessau. Aber müssen jetzt noch mal gucken. Ich denke, das nächste Signal wird für uns rot sein. Alles andere würde mich wundern. Oder ist es auch? Ne, ist es nicht. Ist grün. Also jetzt scheint die S-Bahn wieder ein bisschen Vorsprung zu haben. Und da vorne steht schon der nächste RI, der hier auch noch auf dem Intercity warten muss. Hinter. Habt ihr gerade gesehen, der ist gerade wieder angefahren. Statt hier gerade noch vorm Signal. Glaub ich, links, oder? Ne, oder doch. Er fuhren relativ langsam auf jeden Fall. Ein RI auf dem Weg Richtung Leipzig vermutlich mit einer 143. Und da fahren wir hier mit höchstens 120 entlang. Es wird auch die Geschwindigkeit bis Dessau sein. Also so schnell ich die Strecken absteht nicht. Strecke ist ja auch schon etwas älter. Man sieht es. Komm, das muss man von außen drauf gucken. Aber ich finde sie immer noch schön. Macht immer wieder Spaß, um ein bisschen Rapid Transit zu fahren. Mit vor allen Dingen mit dieser wunderschönen Lackierung. Das ist aber Roslau, 100 Jahre Bauhaus. Sehr, sehr schön. Cool, wie die Wagen wackeln. Mit der Federung. Sehr schön. War noch nie so oft gefallen. Aber diese Strecke ist auch ein bisschen, weil sie ein bisschen älter ist, ein bisschen huckelig. Baumchen. Man merkt so ein bisschen wie der Zug aus dem Rotter Ruckett. Aber das sieht sehr, sehr cool aus. So die Treizmaktiker. Und man sieht, dass der Wagen hier so, der schwingt ja auch so ein bisschen nach, die Dämpfung hier. Das ist einfach so cool gemacht. Also die Dämpfer schwingen so ein bisschen nach. Sehr cool. So, 2,1 Kilometer bis zum roten Signal. Und ich glaube, da müssen wir dann auch mal zum Stehen kommen. Denn die S-Bahn wird vermutlich gerade vor uns in dem Bahnhof halten. Ein bisschen können wir ihn noch rollen lassen. Nur nicht zu spät unter Bremsen. Jetzt süfft der Geist, der 500 Hertz auch anspringt. Er springt da an. Hätten wir gar nicht so stark bremsen müssen, ne? Und da stehen wir einmal. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines verspäteten Zugs vor uns sind wir hier noch einmal zum Stehen gekommen. Wir werden unsere Fahrt in Kürze fortsetzen. Über ihre Anschlüsse informieren wir rechtzeitig per Lautsprecher, wie ich sage. Dear passengers, a delayed train is currently blocking our track. We are going to continue our trip in the moment. And we will inform you about the delays through our speakers system. So. Damit wissen die Fahrgäste auch einmal Bescheid, weil man wird ja immer so ein bisschen nervös. Wenn man vielleicht schon einen Anschluss kriegen will, auf jeden Fall. Und dann auf einmal der Zug auf freier Stecke stehen bleibt, da ist immer schon so, hm, was ist denn jetzt los? Und da finde ich es eigentlich auch mal ganz gut, wenn dann einmal Bescheid gegeben wird, hier Leute, alles in Ordnung. Oder beziehungsweise ist es, was genau einen da blockiert. Oder weswegen man da stehen geblieben ist. Finde ich immer ganz schön, wenn es dann eine Durchsage gibt. So, langsam, wieder nicht zu schnell aufschalten. Und an die 25 kmh denken, aber die habe ich ja jetzt auch gerade über die AFP eingeschaltet. Das sollte sich dann nach dem Signal hier erledigen. Und auf geht's. Und wieder zu viel Leistung, ja. Da wollte ich wieder zu viel aufschalten. Und jetzt geht's in Richtung Dessau wieder. Was ist los? Ach, wir sind im Wechselblicken, ne? Ja, da habe ich natürlich nicht daran gedacht, dass wir natürlich dadurch, dass wir jetzt gerade 500 Herz hatten, schön im Wechselblicken sind. Okay, dann stehen wir doch mal. Vielleicht müssen wir doch nicht nochmal anhalten. Also, wussten wir jetzt aufgrund meiner Unfähigkeit, aber nicht vom roten Signal. So, auch sehr gut. Aha. Ja gut, das habe ich. Das passiert mir öfter mal, dass ich nicht daran denke, dass man ja jetzt wieder 500 Herz hat wegen... Äh, nicht 500 Herz. Wechselblicken nach 500 Herz oder beziehungsweise nach dem Magneten. So, haben wir die Bremse jetzt gelöst? Ja, der braucht ein bisschen, natürlich. Die Wagen brauchen wir so ein bisschen, um sich aus so einer Zwangsinn zu lösen. Dann sind die Bremsen ja einmal richtig angezogen. Und auch wenn es ein Personenzug ist, mit 5 Wagen? 6, 7 Wagen sind es, 7 Wagen. 7 Wagen Zug. Ähm. Dann brauchen auch diese 7 Wagen ein bisschen, um ihre Bremse zu lösen. Zum Glück ist kein Güterzug, da ist sowas immer etwas nervig. Ich erinnere mich da eine Fahrt auf Dresden-Riesa, wo wir so einen total langen Güterzug, deutschen Güterzug gefahren sind, dessen Bremse sich gar nicht mehr lösen wollte. Das war auch leicht nervig. Aber wir sind ja jetzt nicht mehr so weit von Dessau entfernt. Das müsste sogar schon Dessau-Süd vor uns sein. Vermutlich war das hier gerade der Bahnhof, wo die S-Bahn gerade angehalten hat. Ist das Dessau-Süd? Ja, müsste Dessau-Süd sein. 4,6 Kilometer. Das ist Dessau-Süd. Oder? Verwechsel ich das gerade. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier ein Bahnhof. Ah, doch mit den Bahnübergängen. Das ist Dessau-Süd. Da wird die S-Bahn gerade gehalten haben. Und deswegen mussten wir gerade hinter dem Signal warten. Die 3,4. Ach, guck mal, da kommt auch mal eine 182. In der Box-Express-Lackierung auch eine sehr, sehr schöne Lackierung. Mit ein paar Autowagen. Und Lars heißen die, glaube ich, mit Doppel-A. Das ist der Autowagen. Da will ich mich nicht irre. Und... Dann dürften wir jetzt in Dessau einfahren dürfen. Ich würde sagen, da mache ich auch schon mal die Ansage. Oder kann der Transimplay schon mal Bescheid geben, dass wir gleich Dessau erreichen. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt Dessau Hauptbahnhof auf Gleis mit einer Verspätung von 10 Minuten. Dort haben Sie Anschluss an einen Regionalexpress nach Magdeburg-Kaubbahnhof über Roslau und Zerbst um 17.42 Uhr von Gleis 2 und einer Regionalbahn nach Aschersleben um 18.02 Uhr von Gleis 4. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecher-Durchsagen auf Bahnsteig und nutzen Sie auch die Dibi-Navigator-App. Wir bedanken uns für die Reise mit Dibi-Fernverkehr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die Passagier, wir werden schnell auf Dessau-Bahn-Station kommen. Der Train hat eine currentes Delay von 10 Minuten. You can reach the Regional Express to Magdeburg via Roslau and Zerbst, Departure 5.42pm from Platform 2. And a Regional Train to Ascherslieb, Departure 6.02 from Platform 4. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Bremsen wir jetzt schon auf 40 runter. Da haben wir jetzt noch mehr Verspätung als 10 Minuten, die wir gerade haben. Da ist das gelbe Signal nochmal. So langsam müssen wir jetzt doch nicht in Dessau einfahren. Nur jetzt nochmal Leistung aufschalten ist immer so eine Sache. Das war nur wieder der Kriechgang. Und wir sollen ja versuchen, nicht so viel Verspätung reinzufahren noch. Jetzt haben wir schon 10 Minuten. Ich hoffe, dass der den Anschluss dann noch kriegt. Vielleicht kann der Kollege gleich auch noch ein bisschen was rausfahren, wenn der sich auf den Weg nach Magdeburg macht. Aber 10 Minuten ist glaube ich so die Höchstgrenze, damit der Kollege dann noch die Anschlüsse kriegt. Oder damit die Anschlusszüge nicht so lange warten müssen. So und hier ist ein bisschen interessant. Ich glaube, wir werden ein bisschen über diese Markierung hinausfahren, um den Zug einfach so anzuhalten, dass er im Bahnhof steht. Türfreigabe 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 So, Türen auf. Und dann würde ich sagen Schauen wir uns noch einmal an, wie der Zug hier in Dessau steht. Da, wo er hingehört, laut seiner Aufschrift. Sehr, sehr schönes, passendes Bild hier in Dessau. Mit den Intercity-Wagen. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Mal wieder eine Folge mit Ansagen. Hat lang gedauert, bis zur letzten, seit der letzten Folge, ne. Muss ich mal häufiger wieder machen. Hab durch Dank dem Creators Club auch echt wieder Bock, ein paar Szenarien zu erstellen, weil meistens mache ich mit Ansagen ja diese eigenen Szenarien, die ich gebaut habe. Und Ja, werde ich vielleicht das eine oder andere Szenario nochmal wieder erstellen und werde ein paar befreundete YouTuber und andere Leute anfragen, ob sie nicht Bock hätten, was einzusprechen. Und dann machen wir das wieder häufiger versuchen, denke ich mal. So, jetzt würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich verabschiede mich. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Und tschüss. Vielen Dank. Wir sehen uns. Wir sehen uns. ário-